So, liebe Kniften, Stern Nummer 6 wartet auf uns. Ist das dann schon der letzte? Nein, es gibt immer noch. Befreie den Kettenhund. Okay, das Video wird wirklich kurz. Aber wirklich. Mal gucken, ein Video was wir unter einer Minute schaffen. Der Trick ist beim Kettenhund, man muss hier ein Tütü anziehen und muss hier so rumlaufen. Ich habe ein Tütü an, ich bin eine hübsche Prinzessin. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Oh, ich habe mich nicht getroffen. Oh Gott, ich habe doch was unter einer Minute gesagt. Oh, Mario. Den habe ich verarscht, okay. Mario. Oh, du Penner. Ich bin gleich hin. Oder wie der Virus so schön sagen würde. Okay, jetzt ist die Minute schon vorbei, aber das war's. Ich wollte es spannend machen. So, spring mal gegen die Wand. Und spring ab. Bam. Ja, meine lieben Freunde, es kann auch mal so schnell gehen. Aber ich glaube, es gibt immer 8 Sterne pro Level. Also, am Ende sind es 120. So viel weiß ich noch. Es sind 120 Sterne, die man finden muss. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.